Herzlich Willkommen zu dieser Morgenmeditation. Sie zielt darauf ab, Deinen Tag mit positiver Energie und Segnungen zu beginnen. Bevor Du in die Routinen des Tages eintauchst, nehmen wir uns einfach einen Moment Zeit, um in Ruhe und Frieden zu verweilen und unsere Herzen und Gedanken zu zentrieren. Atme tief ein und lasse beim Ausatmen alle Reste des Schlafs und der vergangenen Nacht hinter Dir. Dies ist ein heiliger Moment, ein Neubeginn, der Dir die Möglichkeit gibt, Deinen Tag bewusst zu gestalten und mit einer Absicht der Liebe, des Friedens und der Harmonie zu beginnen. Bereite Dich darauf vor, Dich selbst, die Menschen in Deinem Leben, Deine Arbeit und die Umwelt um Dich herum mit Segnungen zu erfüllen. Das tut gut, glaube mir. Diese Meditation wird von Patricia geführt, die Dich sanft anleitet, Deinen Weg mit Licht und Positivität zu beginnen. Für eine noch tiefere Erfahrung, entdecke doch die langen Versionen dieser Meditation. Wenn sie Dir gefällt, würden wir uns über einen positiven Kommentar freuen. Und gerne kannst Du auch unsere App empfehlen, damit noch mehr Menschen ihre Heilung effektiv fördern können. Hallo, ich bin Patricia. Schön, dass es Dich gibt und dass Du da bist. Lass diese morgendliche Meditation der Segnung der Start für einen tollen Tag sein. Der Dich und alles um Dich herum mit Positivität und Hoffnung erfüllt. Beginne Deinen Tag mit einem tiefen Atemzug der Ruhe und des Friedens, indem Du die Kraft des Segnens einlädst. Du bist wertvoll und Du hast es verdient, glücklich zu sein. Atme langsam ein, fülle Deine Lungen mit reiner, heilender Energie und stelle Dir vor, wie mit jedem Atemzug Licht und Liebe in Dich einströmen. Visualisiere, wie dieses warme, strahlende Licht ganz sanft Deinen Körper durchflutet. Von Deinen Füßen aufsteigend, durch Deine Beine, über Deinen Oberkörper, bis es jeden Winkel Deines Seins erreicht. Nimm Dir einen Moment, um jedes Organ liebevoll zu segnen. Segne Dein Herz mit unermüdlicher Stärke und Freude. Segne Deine Lungen mit der Tiefe des Atems und der Klarheit. Segne Deinen Magen und Verdauungstrakt mit Harmonie und der Fähigkeit, Nahrung in reine Energie zu verwandeln. Segne Deine Haut und lasse das Licht Deinen gesamten Körper umhüllen, für Schutz, Gesundheit und strahlende Schönheit. Erweitere nun den Segen über die Grenzen Deines Körpers hinaus. Denke an die Nahrung, die heute Deinen Körper nähren wird und segne sie mit Reinheit und Lebenskraft. Denke an die Bauern und Erzeuger, die mit Hingabe unser Essen anbauen. Segne sie mit Anerkennung, Kraft und Wohlstand für ihre unermüdliche Arbeit, uns zu ernähren. Visualisiere die Menschen, denen Du heute begegnen wirst, Freunde und Kollegen und sende ihnen Segnungen der Liebe, des Mitgefühls und des Verständnisses. Segne Deine Arbeit und Berufung heute mit einem Geist der Zusammenarbeit, Kreativität und liebevollen Kommunikation, so dass jeder Raum von Herausforderungen zu einem Ort der Erfüllung wird. Lass dieses heilende Licht noch weiter strahlen, hinaus in Deine unmittelbare Umgebung. Segne jetzt Dein Zuhause, damit es ein Ort des Friedens und der Sicherheit ist. Erweitere Deinen Segen auf die Gemeinschaft, die Stadt oder das Dorf, in dem Du lebst. Wünsche ihnen Gesundheit, Wohlstand und Zusammenhalt. Betrachte die Natur um Dich herum, die Pflanzen, die Tiere, das Wasser und die Luft und das klare Blau des Himmels und segne sie mit Liebe und einem harmonischen Gleichgewicht. Bitte heute um die pure Energie des echten freien Wetters, welches die wahre Pracht zur Entfaltung bringt. Segne es mit Vitalität und einem harmonischen Gleichgewicht. Visualisiere schließlich, wie dieses Licht sich über die ganze Welt ausbreitet, wie ein Netzwerk der Liebe und Freude, des Lichts und des Friedens. Mit jedem Atemzug, den Du machst, spüre, wie Du mit positiver Energie aufgeladen wirst. Du bist jetzt bereit, Deinen Tag mit einem Herzen voller Liebe und einem Geist voller Klarheit zu beginnen. Nimm Dir jetzt die Zeit, die Du benötigst, um all das zu segnen, was Dir jetzt noch wichtig ist. Du bist jetzt bereit, Deinen Tag mit einem Geist. Du bist jetzt bereit, Deinen Tag mit einer Verkaufung, die Du bist, du bist, dein Tag mit einer Verkaufung und einer Verkaufung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020